Und, bitte. Das war Hammer. Los, und ich gucke jetzt in die Kamera. Was wollte ich da sagen? Was haben wir gerade gesagt? Wie war nochmal der Anfangsatz? Stellen Sie nochmal die Frage. Okay, also. Aus ärztlicher Sicht ist es so, dass wir, ähm, ne, halt. Das kann man ja rausschneiden. Das machen wir nochmal, nochmal. Nochmal den hier, den Hollywood Lake, oder wie? Käsebrötchen, Brottsbrötchen. Ich nehme die Tomatensuppe. Ich bleibe bei der Tomatensuppe. Seidenwurstle, Fleischkäse. Also die Tomatensuppe, probieren Sie mal. Okay, ich sterbe. Wohin gehst du? Kroatien, 18 Grad. Jeder ist, ähm, voller Begeisterung dabei. Genau, also Lichtschutzfaktor 30. Gut, ich schaue mich jetzt. Es macht einfach Spaß. Punkt.